Wir sind hier auf dem Pausenplatz des Pestalozzi-Schulhauses, wo die Idee der Peacemakerinnen und Maker entstanden ist. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse werden hier ausgebildet, damit sie nachher in der Pause Konflikte unter sich selber schlichten können. Dieses Projekt ist eines von 200 Projekten, die wir in der Stadt Bern im Rahmen des Netzwerks gesundheitsfördernden Schulen umsetzen. Und dieses Netzwerk ist gross und beständig. Es nehmen nämlich alle Schulen in der Stadt Bern daran teil und das Netzwerk feiert dieses Jahr sein 30. Geburtstag. Seid ihr gewundert geworden, dann besucht ihr die Webseite des Gesundheitsdienstes.